Wo muss ich denn raus? Ah Super, ich muss da hinten hin Okay Lauf Hallo Oh mein Gott, wieso kann ich nicht da oben gucken? Äh, ja Ja Oh 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 Gut, das muss ich jetzt machen. Super. Och ne. Was ist denn jetzt wieder passiert? So. Wir müssen uns etwas beeilen. Na? Super. Hat er zumindest einen Arm weniger. Jetzt müssen wir zur Seite. Nach unten. Schön. Drei Viertel. Nur noch ein bisschen. Aua. Hallo. Oh ne. Ne. So. Erstens. Ich möchte jetzt nicht daran scheitern. Das wäre richtig, richtig scheiße. So nach vorne. So. So. Runter. Brennstab wird entfernt. Nächster weg. So. Und jetzt zur Seite. Nur noch ein bisschen. So. So. Und jetzt zur Seite. Und jetzt zur Seite. Und jetzt zur Seite. Ja. Hundert Prozent. Gebt mir eine Minute. Artyog, da ist eine Verbindung. Zwing dich da durch. Ups. Welche Verbindung meinte er? Zündlich. Artyog, da ist eine Verbindung. Zwing dich da durch. Was für ein aufgepuffter Schlitzer. Wo? Welche Verbindung? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Okay, ich muss zurück. Okay, das ist tödlich. Schön zu wissen. Gebt mir eine Minute. Artyog, da ist eine Verbindung. Zwing dich da durch. Achtung, Kollisionsgefahr. Bewegung blockieren. Achtung, Kollisionsgefahr. Bewegung blockieren. Okay, ich fahre als erstes komplett wieder zurück. Das ist vielleicht sehr sinnvoll. So. So. Ha. Ja, und wo ist eine Verbindung jetzt? Schön. Runter mit dir? Nein, runter. Jetzt. Nein! Verdammt. So ein Mist, das wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Dann kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Ja. Okay. Dann mach mal. Gute Entscheidung. Dieser Aufzug führt direkt zur Station. Alles läuft und ist unter Kontrolle. Ich weiß noch nicht für wie lange. Kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ullmann wartet dort mit einem Geschenk. Ach, nee. Schau hat schon unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Racken leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metro-Tunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Es wird nichts wie früher werden. Mit Feuer und Schwert werden wir es schaffen. Miller glaubte daran und war bereit dafür zu sterben. Aber mich erfüllten Zweifel. Wir hatten die Erde bereits einmal verbrannt. Jetzt war das Feuer in meinen Händen und ich musste es tragen. Ja. Ja. Raus mit uns. Da ist Ullmann. Leidig ein bisschen. Wo war Ullmann? Ja. Sagen Sie mal Oberst, ist es leicht Superman zu sein? Zur Hölle mit ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankow, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen, glaube ich mir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Gut, rein hier und dann fahr mal. Artyom, du nimmst das Leitsystem. Wenn ich wüsste, was das ist, nehme ich es gerne. Das Leitsystem habe ich in der Hand. Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Ja, irgendwoher kenne ich das schon. Ist das nicht in jedem Videospiel so? Kapitel 8-Turm. Wir verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev Theater hoch. Der Ostankino Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem eine Geschichte begann. Schön. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Nachladen. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf meine Seite, Jungs.